Ich bin seit 30 Jahren Strafgerichtsgutachterin, annähernd, 28. Ich habe zum Beispiel einen Mann untersucht, der hat fünf seiner Angehörigen mit einer Axt getötet. Es war ein junger Mann mit einer Familie, gut situiert, hat sich verspekuliert. Und es ist um viel Geld, aber nicht um wahnsinnig viel Geld gegangen. Und da ist er auf die Idee gekommen, so abstrus das klingen mag, es ist besser für alle Angehörigen, wenn sie nie davon erfahren, weil wir müssten die Wohnung verkaufen, wir müssten das machen und alle würden sich kränken. Ich gehe in den Baumarkt und besorge mir eine Axt. Sechs Leute an zwei verschiedenen Orten, also fünf, Moment, fünf Leute, hat er an zwei verschiedenen Orten dann getötet. Die Axt ist eine Tatwaffe, die oftmals mitgenommen wird. Wenn schon ein Plan besteht, dass man jemanden töten oder schwer verletzen möchte, in manchen Fällen wird von den Beschuldigten dann vermittelt, die Axt hätte man gefunden und wäre erst dann auf die Idee gekommen, was stimmen kann, aber nicht muss. Wir sagen, dass jede Tathandlung zunächst in der Fantasie beginnt. Und ich möchte gar nicht wissen, mörderische Gefühle sind ja niemanden fremd, wie viele Menschen andere in ihren Gedanken schon umbringen. Allen gemeinsam ist, dass sie keine konstruktiven Bewältigungsstrategien haben, für Krisensituationen, für gewisse Belastungen und dass sie destruktive Lösungen sich wählen, um etwas abzuschließen oder um etwas zu Ende zu bringen oder loszuwerden. Die Täter bereuen die Tat manchmal, aber nicht alle. Manche sagen, sie hat es verdient. Sie hat es verdient. Ich habe nicht anders können. Die meisten Menschen verlagern ja die Auslöser für eigene Schwierigkeiten in das Verhalten von anderen, also der andere schuld an und so weiter. Und das machen Verbrecher und Gewalttäter genauso. Und in seltenen Fällen, muss ich sagen, kommt es auch dazu, dass man froh ist, alles hinter sich gebracht zu haben und in Kauf genommen hat, dass man in Haft kommt, weil es sonst unerträglich vom eigenen Erleben natürlich geworden wäre. Ich hinterfrage meinen Beruf ständig, auch die Sinnhaftigkeit und lasse mir manche Fälle sehr lange durch den Kopf gehen, weil diese Entscheidung ist ja prägend für den anderen und ist ja massiv einschneidend für sein Leben. So kann man in Haft und in Haft machen, wovon sie wir auch geben, nicht? Und wovon nun? Und dann führst du ihn an, wenn sie auf die Wande Mmh-Level-Vente, die sich dann noch mal bewegen, Da war es auch immer wieder. Und dann führst du den Kopf, und dann facherst du meinen Kopf, und dann kommst du das. Und dann führst du den Kopf, das Alfie Mh-Level-Vente, und dann führst du den Kopf, und dann führst du jedenfalls nicht das. Und dann führst du das,